Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem blauen 5 Thüringen Bin Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.